Hallo meine glücklichen Glücksbärchis. Na, welcher Glücksbärchi werdet ihr eigentlich? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare für den euren Glücksbärchi-Partner. Ansonsten sind wir alle sehr glücklich und holen jetzt eine glückliche Runde PUBG. Hey, wuh! Ich möchte ein Glücksbärchi sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchi sein, das ist doch sohn, klar. Ein Glücksbärchi möchte ich sein. Ich glaube gar nicht so geil, Glücksbärchen zu sein. Ein Glücksbärchi möchte ich sein. Raya schreibt, das Intro hatten wir schon. Alle, alle! Ich erinnere mich auch dran. Ja, aber na und? Du bist Contestants-Kirch, ich glaube, das ist nicht so, na und. Ich bin gleich tot. Ich glaube schon. Ich bin gleich richtig tot. Ach, da bist du. Ich mach sie vier. Einer ist hier in der Halle drin. Ich bin so kacke und treffe nichts. Ich höre dich nicht mal schießen. Ja, ich habe eine Fall. Der pusht dich. Kommt, der pusht dich. Wo, wo, wo? Mach das. Rüch. Ja, ich sehe ihn. Oh, ich habe übelst verschossen. Der ist rausgelaufen, glaube ich. Ja. Ich habe einen Shotgun. Warte, ich bin vielleicht gleich gleich. Der ist jetzt zwischen Fischi und mir, müsste der jetzt sein. Hat er Shots bekommen. Ist hier außen. Ja, hier an den Barrels. Hä? Warum? Zwei. Nur nachher ran. Nein, ich muss den Ort laden. Ich komme. Na, ich verlob. What? Ich... Der holt jetzt seine Kollegen wieder. Wo ist sein Kollege? Hinter, also hinter den Kisten. Hinter der Halle. Okay. Oh. Ist dran, oder wieder? Hans, Hans, sie holen. Hans, sie brauchst du was zum Heilen? Ja. Hier ist was, nehmen wir uns, oder nicht? Der Crouch, ne? Hier, ich lasse dir hier was. Oh, hier kommt was ran. Danke. Das klingt von mir. Außerhalb, oder nicht? Außerhalb gewesen, ja, ja. Knocked. Nice. Das war der Pimpel, der mich geholt hat. Ich bin ein Macher. Stark. Ich bin ein Macher. Mach es. Ich komme in den Flaschen, weil er Fischkopf geflasht hat. Ja. Machst du, oder? Wohl, wir... Ich kann's gerne Assists dafür haben. Ich komme. Da ist was. Wo? Da ist was, oder? Steps? Hier kommt was angefahren. Silent. Hä? Hinter der Halle. Hä? Was habe ich da gehört? Wo ist denn da genockte? Wo ist denn da hin? Ihr habt so auch gehört, oder? Habt ihr das gehört? Wo hast du denn denn, Nock? Außerhalb hier gewesen. Oh! Oh no. So, look down! Ja. Geh wieder rein. Ich geh, ich geh, ich geh, äh, äh, resten. Wahrscheinlich, Brickett. Wir waren im Fenster. Jetzt sind dann rechts weggelaufen. Ich glaub, der kann sein Kollegen nicht heilen, weil... Hab ihn. Hier war der Typ. Der war reingeklettert in der Kiste. Warte, 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 noch nicht, Franzi. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt, jetzt, genau jetzt hier so. Genau jetzt hier so. Hier so? Oh, weiß ich nicht. Der ist im Fenster. Ja, ja, doch, doch, doch. Der ist hier im Fenster unten. Der ist unten im Fenster. Unter meinem Magen. Ich guck genau in dieses Fenster gerade. Ich hab so Angst. Oh, Franzi ist dicht. Ich weiß, ich guck da auch schon hin. Der ist da, der ist da, der ist da. Läuft hier im Offenen rum? Im Offenen. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Den Stammfix. Boah, das war gerade intensiv, du. Ich war gerade so verwirrt von den Calls, wo er war. Ich hab auf irgendein anderes Fenster gestarrt. Ich hab so, welches Fenster war er? Wo ist er? Hier das Fenster, oder? Kriminell. Kriminell? Ich hab ihn nur ganz kurz gesehen, wie er gepiekt hat. Ich hab da mitten in der Halle, hinter dem Lederbeizgerät. Was? Ja, da. Ah, da. Nimmst du? Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Gerät ist. Aber ich hab mir vorgestellt, dass es ein Lederbeizgerät ist. Ich weiß aber noch nicht mal, was Beizen ist. Das gab's bei, wie hieß das Game nochmal, was wir gespielt haben? 24? Nee. Wie hieß denn das nochmal, das, was wir gespielt haben? Ach, Entschrouded. Entschrouded. Da gab's auch ein Beizgerät. Ich glaube, das ist etwas, was aus Leder so richtig so geiles, benutzbares Leder macht. Entschrouded. Beizen ist Färben. Ah ja, das wusste ich. Ach ja. Ich hatte mal einen Kumpel, der hieß mit Nachnamen Beiz. Geleakt. Und dann hatte der einen Bruder und der hieß auch Beiz. Ah, verrückt. Mit Nachnamen oder mit Vornamen. Mit Nachnamen. Das wäre lustig, wenn der Beiz, Beiz gehalten hätte. Beiz, Beiz. Franzi. Äh, Solux. Nur ein kleiner, leichter Hinweis. Der wäre nur neiner. Echt? Okay. Ja. Ich dachte, jetzt werden wir hier die Gegner lose. Nein, nein. Ich glaube, da sind noch Gegner. Vor allem da, wo du hinläufst. In zwei Minuten klingelt mein Handy. Ja, dann willst du vielleicht da nicht laufen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier rein. Oh, ja. Äh, Boxhalle da. Ja. Ja, oben. Schöne Shot, schöne Shot. Aber nicht den Dingsbums abgedrückt. Oh nein, ist das selber gewesen? Ja, 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 ja. See, see. Nice. Aua. Diese Fliege. Ähm. Hallo, Bussi. Hallo, Bussi. Oh, hä? Ich raff es nicht. Oder pushen, oder? Kleine Mut-Taste, oder was? Ich starte mal Disko neu. Hey, ist hier schon close? Hallo? Wo? Oh, der ist im Container? Ja. Aber ist es dieselbe? Weiter rechts. Ich sehe einfach nichts. Ich bin so verwirrt. Ihr seid sogar, die Verwirrung ist verwirrt. Ja. Geh ran, da an die Bulette. Oh, der ist wieder oben ab. Ah, ja, der sieht mich. Knock, knock, knock. Also, was ist hier los? Nice. Ciao. Einer ist noch oben. Kappe. No. Ferry, hier ist es. Ja, da keine Smoke, ja. Ich komme. Oh, nein. Schade. Aber, ja. Zwei sind noch ab. Zwei sind ab. Einer ist knock. Einer läuft drüber. Knock. Sehr schön, nur noch einer ab. Der geht oben retzend. Der geht oben retzend. Ich mach dir euch hoch. Ah, der ist unten. Nein, der piekt, der Penner. Sorry. Alles gut. Oh, mein Gott. Ist der letzte. Du machst das, Mel. Du bist eine Macherin. Halt dich. Du bist eine Macherin. Schön, Mel. Schön. Go, Mel. Go, Mel. Go, Mel. Go, Mel. Ich hab kein großes Ding. Ich hab kein großes Ding, aber ich hole dich jetzt noch vor. Hast du, Franzi, hast du First Kid für sie? Franzi ist jetzt gerade in diesem Moment in die Dings gegangen. Ja, dann brauchst du sie gar nicht hochzuholen, weil dann stirbt sie sofort wieder. Naja, vielleicht mach sie nur den Ofen aus und kommt wieder. Okay. Aber du solltest zu meiner Leiche gehen. Ich hab fünf First Kids. Die ich selber auch. Die solltest du ganz schnell aufheben. Ja, Part 1. Ist aber auch noch Booster drin. Boah, das war stark gemacht. Sag mal, hast du AK-orangenes Skin? Weihnachts Skin, ja. Also, okay. Das sah aus meiner Perspektive aus, dass ob das so ein... ...diese Orangen und Skin nur sind. Hm, 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 hm. So. Ah, Franzi, ich da. Ich bin da, ja. Ich hab noch mein Brötchen rausgeholt. Glück, er hat der Gemma Pack. Du solltest die Leichen noch looten, Franzi. Das sind so viele Sachen. Meine ist cool gewesen. Ja, ja, ich hab nur das Ceiling da rausgezogen. Kuroka, hallo, was geht? Danke für die 10 Monate. Risa Pads, willkommen zurück. Dankeschön. Wir haben aber auch unangenehm kassiert. Fisch, bist du da? Oh, oh. Ja, hallo. Es ist dieses dumme Discord. Ich verstehe nicht. Manchmal geht die Taste, manchmal nicht. Könnt ihr mir das bitte erklären? Ich erkläre dir das. Bitte. Du hast mehrere Bildschirme, right? Ja. Die Maus muss auf dem Bildschirm sein, wo dein Discord ist. Ja, aber manchmal geht es auch ohne. Du musst klicken. Du musst wirklich auf dem Bildschirm klicken und dann geht es. Ich erinnere mich dasselbe. Sobald ich auf OBS links klicke. Ganz oft, guck mal, jetzt habe ich nicht draufgeklickt. Ich bin in-game. Nee, bin ich nicht. Scheiße. Wir sollten Kampo-Military abspringen. Jetzt geht es trotzdem. Ich weiß nicht, warum. Kampo-Military. Ich brauche noch ein erweiterteres Meld. Bei mir ist es so, wenn ich auf einem anderen Bildschirm mit der Maus bin, dann geht es einfach nicht. Dann muss ich auf Discord klicken und dann geht es. Du machst es ja auch über Stream Deck, oder? Oder über Taste. Kommt ja auf dasselbe hinaus. Ah, ich bin gemutet. Na toll. Die nächste. Ich bin gemutet. Ja, aber es war nicht, weil das falsch angezeigt wurde, sondern weil ich einfach nicht drauf geachtet habe. Hallo, hier habe ich nicht geguckt. Hast du geguckt? Hast du jetzt die ganzen Energies und so da eingesammelt, die da lagen? Hast du geguckt? Ich habe 30. Ist das dein Auto? Ja. Ach nee, hier liegt noch was. Alles gut. Ich war abgelenkt. Der Chat habe ich abgelenkt. Warum hast du das? Warum macht ihr das? Chat, hört doch mal, ihn abzulenken jetzt. Hört doch mal. Hört doch mal. Hört doch mal abzulenken. Hört doch mal ab. Hört doch mal jetzt ab. Hört doch mal jetzt ab. Wir sollten uns ein Auto suchen. Wir sollten uns ein Auto suchen. Ihr solltet euch ein Auto suchen, ne? Brötchen aus dem Ofen, ja. Die sind ein bisschen dunkel geworden, aber nicht verbrannt. Naja, da steht, also wirklich, ich bin ja kein Vorheizer, ne? Jetzt pass kurz auf, ich bin kein Vorheizer. Du bist kein Vorheizer. Und da steht, 10 bis 12 Minuten im vorgeheizten Backofen. Ich habe 10 Minuten im nicht vorgeheizten Backofen gemacht. Und ich habe mir den Wecker gestellt. Und ich bin beim Wecker, bin ich hier losgelaufen. Und trotzdem sind sie leicht. Sind sie einseitig? Also sie sind, guck mal, die sehen super aus. Die sehen klasse aus. Du siehst sie jetzt nicht, aber ja. Ich muss jetzt trotzdem mal ein bisschen sauer werden, weil ich habe dir ja in einer wissenschaftlichen, in einer höchst wissenschaftlichen Präsentation habe ich dir bewiesen, dass Vorheizen sehr gut ist. Die ist auch schon mal eine Pizza verbrannt. Hör auf, so. Also wirklich. Wieso ist Vorheizen sehr gut? Weil die Pizza dann gleichmäßig braun wird und nicht nur außen richtig braun und innen doch schlapprig. Aha. Ich habe das geprüft. Ausfüble Erklärung. Ja. Da hast du solche Leute. Wow. Ja. Und jetzt, guck mal, jetzt ist der Chat wieder am... Eskalieren. Weinen die und sagen sie, nein, der stimmt nicht. Nicht gar nicht. Ich halte sie auch nicht vor. Fanzi, brauchtest du noch Energies? Nee, nee, mir geht's gut. Aber war in Dings kein Auto? Hatten wir da geguckt? Ich habe nur einmal ein bisschen die Straße hoch und runter geguckt. Da war keins. Aber maybe? Maybe? Tell me. Maybe. Ist da eins. Ich laufe jetzt zur nächsten Straße. Oh mein Gott. Ihr habt Safe Spawns. Oh mein Gott. Warum habt ihr denn... Oh, warum habt ihr mir das nicht? Oh, je, je, je. Wo ist ein Safe Spawn? Ist hier noch ein Safe Spawn da? In der Stadt ist ein Safe Spawn. Ihr habt hier einen vielleicht. Einen hier. Okay, einen da. Das ist ein Safe Spawn, sagst du? Wenn er nicht genommen ist, am Face Compound, der auf Grün, das ist ein Safe Spawn. So, das eine Grün ist weg. Ach, dann habt ihr... Zulux? Ja, bitte. Sagst du mir Bescheid, wenn ich irgendwas machen muss? Ich verblute dich full erstmal, ne? Wir haben ein bisschen Zeit. Ich habe leider keine Lust. Hallo, wie geht's denn? Tschüss, alles. Wie bitte? Ich kann auch noch einen Panzer holen, aber ich... Brrde, 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 brrde. Das sagt sie jetzt. Du, am Weifel noch müssen. Ja, aber ich dachte, vielleicht können wir was... Phase 3, Mel. Okay. Das ist Phase 3. Fahren sie doch. Fahren sie doch noch. Okay, Fischkopf. Wie lange noch? Ich habe jetzt mal einen Red Dot gefunden. Ach, upsie. Okay. Phase 3. Ja, in der Minute ist Phase 4. Frag nur für einen Freund. Was brauchen sie noch? Äh, jetzt brauche ich eigentlich nur noch... Ja, ich bin... Ich bin... Also ein Magazin unten vorne was dran für die... Äh, für die Barilla. Aber... Das brauchst du doch nicht. Das ist doch dein 60%-Tag. Da brauchst du sowas, ne? Ich bin auch auf der M4 umsteigen. Das ist sicherer. Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir. Das machen wir jetzt. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Treffen wir uns bei Treffpunkt Charlie? Wo ist denn Treffpunkt Charlie? Oh, in den Fisch mein ich so. Ich habe nur zwei First Aids. Kannst du mir da gleich kurz helfen? Ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ding fliegt. Ich weiß immer nicht so viel wie die. Warte hier mir. Ja, dann kannst du mir nicht helfen. Dann sagst du einfach nein. Ich gebe dir einen. Das klappt schon. Nein. Ich gebe dir einen. Hast du genug Booster? Ich habe jetzt 20 Bandagen. Ja, das ist doch perfekt. Ich gebe dir jetzt noch einen First Kit. Dann habe ich drei. Dann mache ich eins direkt rein, ne? Nee, ich würde mich bandagen. Wir haben super viel Zeit. Ja? Ich bandage mich auch. Ja, ja. Wo ist denn die Zahl? Welche Zahl ist denn bandagen? Geil. Let's go. Let's go. Neun ist bandagen. Merk' ich das mal. Neun ist bandagen. Ich habe das auf Daumentaste, glaube ich, gelegt. What? Das war ein guter Tipp bei den Bandagen. Krass. Das ist noch ein Auto. Sollen wir das mitnehmen? Ne. Wir kommen. Neun ist bondage. Das ist lustig, wie man so instant bondagen könnte. Pass auf, ich sehe gar nichts. Der hat diese Sachen gemacht, wo man Leute auf, also an der Haut an so Haken anhängt, aufhängt. Die dann so rumhängen. Und dann habe ich gefragt, warum macht man das? siehst du da was ne okay fisch nimmt das auto hol das auto ab ja ich hol das auto also viel ist hart du bist hart oh mein gott ist das ding langsam so ich hin zu dir direkt frontal hier an auf grün okay ich weiß nicht ob da was ist aber wenn da was du musst nicht sein du kannst schon zeigen dass du da immer ich aber nicht warum denn jetzt du wolltest mich als bettlos schicken natürlich so spielt man das ist ein teamplay also ehrlich natürlich das spielt man so oder nicht jetzt habe ich keine band ich auch nicht aber wir sind gleich drin ist gleich geschafft ranzi ich habe es in den 35 sekunden auch in die zone meine fresse was wir sollten eventuell schon hier hoch fisch ja darauf bringt alle ab kommen euch da hochlaufen ja du willst ja hollaufen kannst du bitte mitlaufen ich glaube ich nicht mehr was vorne dran aber ich komme ich komme die holen wieder da unten baby 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 du bist doch nicht immer noch am looten oder fisch nein du bist wirklich der panzer alles gut alles gut alles gut unglaublich hier oben bei dem smoke keine ahnung ob wir jetzt gegner sind beim down ist hier auf jeden Fall taken ihr könnt ja nicht hier fahren komm hier durch hier hier mein marker durch ach ja brrr dem ja ich hab mir gerade in die rote ich dachte sie fahren gerade gut denn warum callst du das nicht dass die da stehen ich dachte du siehst du längst nein wir haben doch nicht erst einmal darüber geredet also das ist ja so lux du musst auch aufpassen wenn wir zusammen stehen ja sorry ich hab gelootet das ist irgendwie komisch das ist voll die rollen der rollenswitch gerade das war der gag achso oh oh Gott fällt nicht an ok gelb ist down aber wird natürlich wieder geholt schön ja kommt hier hoch ich glaube nicht oder das ist ja übrigens ich hab den nur gekriegt weil du vorher drauf geschossen hast danke sehr ne du hast nen headshot gegeben du hättest ihn so oder so bekommen ok nice du hast nen headshot gegeben ne schöne stelle oder hier hier wir sollten wir hochfahren könnt ihr nicht rückwärts da hochfahren warte wir können bei dem nicht ablassen da der ist fast dead was echt der ist dead der ist fast dead der hat kaum mehr viel ok dann lass uns hier hoch spielen wir müssen hier uns hier hoch falten man kann ihn doch auch als als deckung dann nutzen oder ja also ne wir müssen sowieso hier hoch komm 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 da fliegt was ich bin unterwegs bei blau hat da waren auf jeden fall Leute voll nur das ist der kollege von nem church typen zwei leute sind geflogen einer vor uns einer rechts runter also ein team muss dann gleich irgendwann hinter uns kommen ein team ist oben da drin im turm im turm ja 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 dann gehen wir ein bisschen nach links hier diggy wir müssen guck mal das ist Phase 5 ja 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 ich hab ein blutchiptransmitter gerade gefunden was ich hab auch ein blutchiptransmitter ich hab auch ein blutchiptransmitter wow oh hier ist ein airdrop wow er ist nicht gelootet no way what do you mean what do you mean diese fliege da sind welche wo hier ist super viel weg Leute hinter uns ist was ja 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 das ist die typen die da unten in der church fight wir müssen uns wirklich jetzt auf grün einmal ganz kurz auf grün nicht hinter uns die ja ja ne die check die check vor uns in der zone da sind welche drinnen wir müssen die weg machen danach kurz zufrieden uns auf die hinter uns die laufen runter wir laufen den hill gerade runter holen sie das hm also gerade ist jemand hinter dem einer ist in der check auf jeden fall da bin ich mir fast ne das ist also da war gerade einer an der check und der ist runtergelaufen aber ich weiß nicht ob das der ist den du meinst ah die haben hier fight die wissen nicht dass wir mit dem können können wir darauf schießen ich sehe ihn nicht gerade überhaupt nicht fuck man könnte ich hier ist er bei blau ich habe keine smoke ich habe smoke smoke einer von denen über uns noch keine pisse ah schön that escalated quickly ich kann die smokes droppen ich habe ja also ich habe ja eine ich habe ja du hast welche dann smoke ich gleich nach ja oh 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 mein gosh wir haben beide blue chip transmitter ja wir haben beide blue chip transmitter einer von denen ist nok nok sehr schön oh die haben gefinished beide da von links schirmt ins wetter ach von links schirmt ins wetter das ist schwer das ist schwer viel mhm ich krabbeln dürfen glaube ich ah joni ich bin bitte wegen brötchen schade 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 man aber war doch ein guter ganz schade 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 schade